Moin meine lieben Instagram-Sivianerinnen und Sivianer, da ich nun schon einige Male gefragt worden bin bei YouTube, aber insbesondere hier bei Instagram, ob ich auch auf der Feuerwehrmesse der Florian in Dresden dabei sein werde. Hier meine Antwort, ja. Am 11. Oktober reise ich nach Dresden, bleibe dann bis zum 12. dort und werde dann also am 11. Oktober auch auf dieser Messe vertreten sein. Allerdings nicht mit dem Stand, sondern als Besucher und insbesondere freue ich mich schon auf den Besuch meiner Affäre, meiner Geliebten. Ich meine natürlich meinem langjährigen Freund, dem Feuerwehrbilly, der da nämlich einen Stand hat und freue mich sehr darauf, ihm ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Ich meine natürlich, oh Mann, mein Gott, ich habe es aber auch heute irgendwie nicht mit der Aussprache. Weil ihn so ein bisschen, mir fällt nichts anderes ein, als ihn zu nerven, aber ich werde sicherlich mir den Spaß mal machen mit meiner Blutdruckmanschette und dem Stethoskop. Habt ihr natürlich dann auch die Gelegenheit, ohne dass ich überhaupt mit dem Stand da vertreten bin, eine kostenlose Blutdruckmessung von mir durchgeführt bekommen zu erhalten. Und so, ja, ach man, ich habe es heute. Also, wie schon gesagt, 11. Oktober, Spaß beiseite, bin ich auf jeden Fall mit auf der Florian in Dresden. Und ich freue mich insbesondere natürlich meinen guten Freund, den Feuerwehrbilly, dort zu treffen. Euch vielleicht zu treffen, wenn ihr auch mit am Start seid. Und natürlich auch meine Freunde von Ambu. Ja, und dann wollen wir mal schauen, was uns da auf der Messe so alles erwartet. Ich bin noch nie auf der Florian gewesen. Das ist für mich auch das erste Mal als Premiere. Und vielleicht sehe ich ja das ein oder andere Gesicht von euch. Wer weiß, ne? Also ein paar Sivigramme kommen auf jeden Fall auch mit. Und ein Selfie-fähiges Gesicht von mir natürlich auch. Und denkt dran, ne? Immer schön den Blutungsstabier halten. Also, wir sehen uns auf der Florian in Dresden in der kommenden Woche. In diesem Sinne, haut rein. Euer Sivi.